eine neue folge ein neues glück kehrt nach hunsgrab zurück wir brauchen das war eben der hüftlein nach vorne rennen hier oben sollten uns vielleicht gitter reinmachen hatte ich mir schon so überlegt damit da die monster nicht runterfallen und wir brauchen noch ein wenig gold ich glaube wir haben kein gold dabei ich gehe mal in die kisten schauen für die instrumente für die instrumente so schauen wir mal wir haben hier kein gold hier haben wir auch kein gold soweit ich das sehe nein haben wir nicht im inventar auch nicht und diese klappe hier die ist noch ein bisschen frickelig die ist noch ein bisschen knickerig frickelig und ich gucke mal ganz kurz ganz kurz was wir für das für den für die instrumente brauchen also was wollen wir haben wir wollen ein kompass könnte ich ja vielleicht noch an die ufo man folge erinnern dass da ein kompass ganz wichtig war natürlich brauche ich auch für meine navigation ein kompass und da brauche ich auf jeden fall gold für okay ich renne schon mal los wir können es ja einfach irgendwo von bord springen das sollte man dann später nicht mehr machen übrigens und da müssen wir uns auch noch überlegen wo wir dann den und hier geht es jetzt runter hinunter gunter platsch wir überleben dass sie auch so eine wir sind ja schon einmal runter gefallen vom luftschiff und haben das dann auch so überlebt ich glaube ich erst mal was und wo haben wir gold am nächsten wahrscheinlich in der schatzkammer in der schatzkammer haben wir gold redstone haben wir oben auf dem schiff dann gehen wir mal in die berühmte hundsgraber schatzkammer wo ich ja momentan ein bisschen überlegen bin ob ich die um verlege nach moment ein bratzen reingeschmissen hinten zum tempel des netas storms weil da kann keiner außer ich die kisten aufmachen so monst hier sind unsere goldreserven okay wir brauchen kompass und eine uhr und bei der uhr muss ich tatsächlich auch gucken ich habe irgendwie überhaupt keine rezepte mehr im shuttle das kompass brauchen wir eisen und für die uhr brauchen wir gold so rum war es so rum wird ein schuh draus ein fuhrmann schuh und ich glaube wir gucken noch mal zum power player in seine redstone butze ob er da noch pistons hat weil ich bin mir jetzt nicht sicher ob wir pistons oben haben ja okay wen haben wir denn hier ja das ist die herzlinder was denn hier los gibt es hier im bau gefahren da ist gefahr leute gefahr im vollzug gefahr im vollzug hast du ein gutes sandes angebot naja geht so ne ähm hier ist gefahr ach ach hier wird gebaut leute das ist ja cool das wusste ich gar nicht der power player ist hier am bauen sein laden hüter bett hat er ja immer noch die kisten schweben jetzt hier in der luft hier sind auch tatsächlich noch ähm ja nehmen wir uns mal zwei nehmen wir uns mal drei raus ist ja wohl nicht schlimm ne wenn wir mal drei raus nehmen dann komm her ich zahle auch mit einer redstone lampe ach guck mal hier baut er gerade um warum ist hier tnt warum ist hier tnt das macht mir gerade ein bisschen angst was er da umbaut wahrscheinlich ist deshalb da draußen das schild gefahr ja cool power player der herrscher vom qualenkopf wenn man so eine unterwasserstadt hat dann ist man ja nicht einfach nur ja sag ich jetzt mal hier bürgermeister dann ist man gleich herrscher dann ist man gleich herrscher wir beamen uns wieder auf unser schiff hoch ups das funktioniert auch noch okay hier ist also hier kommen wir raus wenn wir beamen da müssen wir jetzt aber aufpassen genau hier auf dem block war das genau hier neben unserer mechanik okay das können wir also ruhig abdichten hier geht auch das signal noch durch wir könnten theoretisch auch noch hier zu machen so und jetzt fehlen uns leider an wir haben noch hier halb stufen wir müssen auch von außen gucken ob das alles in ordnung so ist okay hier komme ich jetzt nicht hoch aber ich habe leiter dabei durch die leiter nämlich hier machen eventuell so haben wir hier nämlich unsere mechanik wir könnten jetzt hier natürlich auch so das jetzt die frage passt mal auf freund ich habe mir folgendes vor ich würde da ganz gerne so eine abdeckung machen damit mir da keiner reinfällt so das war glaube ich so ja zwei wie viel brauchen wir sechs wahrscheinlich ja wahrscheinlich brauchen wir sechs okay dann dichten wir das nämlich hier so ein bisschen ab und zwar machen wir das wo sind die klappen da sind sie wo sind die klappen da sind die klappen dann machen wir das jetzt so einsetzen wir hier dann dann drei hier zwei drei wir hätten nur fünf gebraucht und das lassen wir lieber offen oder nicht dass wir das ist ja zwei hoch passt auf wir machen das lieber so erst mal vorerst weil ich nicht genau weiß wo wir hier raus kommen da ist dann zwar noch eine kleine gefahr dass man eventuell so kommen wir jetzt raus genau sieht auch schick aus ja so kann man das lassen ja und hier haben jetzt ganz viel platz zum tanzen zum beispiel und hier geht es dann wieder runter in den maschinenraum teil zwei sozusagen das würde ich dann ungefähr hier so hin machen erst mal okay jetzt kommen wir überall rauf und runter hier ist es abgedichtet und jetzt bauen wir uns unsere instrumente zur navigation und zum antrieb des luftschiffes okay wir brauchen eine uhr wir brauchen eigentlich zwei uhren oder naja gut passt mal auf eine uhr die kommt in die mitte hier oben drauf ach so bilderrahmen da brauchen wir bilderrahmen für ganz 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 wichtig richtig wichtig so bilderrahmen haben wir noch sieben stück okay hui schwein gehabt leder hätten wir auch noch gehabt also wir haben schon ganz schön viel krams hier oben auf unserer pegasus okay jetzt kommen hier bilderrahmen 1 2 und 3 dann sieht das auch nicht mehr ganz so hässlich aus hier in die mitte kommt die uhr und die ist natürlich auch wichtig also ich habe mir das so ein bisschen vom ufermann raumschiff abgeguckt sonst würde das ja auch alles gar nicht funktionieren so und jetzt brauchen wir tatsächlich zwei zweimal den kompass der eine ist der kompass der normale und der andere ist der auf den wir vertrauen also sozusagen ein kontrollkompass so das sieht doch schon mal höchste technisch aus jetzt den hebel der kommt jetzt auch noch zum einsatz der kommt nämlich hier hin so ach so okay ähm da funktioniert es nicht mal sehen hier vielleicht oh können wir das jetzt nicht mehr einschalten das wäre aber ziemlich dumm moment 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 ähm wir gehen nochmal runter in den maschinenraum es ist ah es ist neben dem notenblock also wenn ich den povere aber vielleicht geht das nicht mit dem notenblock oder kann das sein was meint ihr hm ich hänge den doch nochmal ran nee es scheint nicht mit dem notenblock zu gehen ach so okay dann nehmen wir den hebel hier wieder weg und den notenblock müssen wir leider auch nochmal wegnehmen komm mal rüber und wenn wir jetzt hier was haben wir denn hier noch schönes holz dann müssen wir es auf beiden seiten gleich machen okay alles klar wartet mal la 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 wir nehmen den notenblock wieder mit es ist ein bisschen hin und her gerennen mehr als ich eigentlich dachte und wir komm doch wir sind dran gekommen gott sei dank aber ich möchte natürlich so einen schönen notenblock nicht verlieren ne ist ja ganz klar was nehmen wir denn da mal wir wollen ja auch möglichst gleichmäßig bleiben ah hier kommen wir wir haben noch 64 von den stufen dingern dann nehmen wir die hm ok oh jetzt singt die tante wieder nein tante bitte nicht singen ah naja gut lassen wir sie mal oh gott hm so wenn ich jetzt hier den hebel rein mache funktioniert das wieder nicht oder haben wir das ausgeschaltet gehabt ah alles klar wir hatten das ausgeschaltet jetzt funktioniert es wieder hm die sozusagen die notsicherung ja dann können wir hier auch notenblock hin machen entschuldigung Leute ich weiß ich treibe euch in den totalen Wahnsinn aber äh es muss sein also das mit dem Wahnsinn muss sein äh wir machen hier wieder notenblock hin das müsste ja funktionieren sagte der Mann dachte der Mann ah wunderbar es funktioniert so und jetzt könnt ihr mal schreiben was wir hier noch hin machen wollen oder ob wir das so lassen hier mit den blinkenden Lichtern wir haben unseren Antriebsraum ähm als aller nächstes also als nächstes vor allen Dingen und als aller nächstes wollen wir die Achse ein wenig verändern hier hinten dafür müssen wir einmal wieder von Bord gehen ich will mal kurz gucken gucken ähm ja wir haben wir haben wir haben wir haben ah wir haben oh upsie okay wir brauchen da noch Zäune und die weiße Wolle in Form Zäune neun Stück ist das alles was wir noch in Zäunen haben hui ah okay paar mehr haben wir doch noch und haben wir noch weiße Wolle in Plattenform ja haben wir auch noch denn wir müssen ja noch den zweiten Flügel machen den zweiten Flügel hier haben wir schon den einen ausgeklappt und hier muss natürlich dann der andere hin hm okay passt mal auf wir gehen von Bord Käpt'n von Bord Käpt'n auf der Brücke Käpt'n von Bord us alles gut ja hier da müssen wir nochmal aufpassen dass wir uns da was anderes hin machen ja ich hab mir jetzt kein äh keine Erde mitgenommen das ist total blöd aber wir haben ja Erde hier auf der anderen Seite und ich hab mir keine Schaufel mitgenommen wir hatten noch Erde noch auf der anderen Seite hm naja dachte der Mann ne dachte der Mann hm ja passt mal auf passt mal auf Freunde wir brauchen noch Erde oder wir müssen uns hier mit Holz hochbauen das geht ja auch so sind wir denn hier richtig ich glaube ja so jetzt sind wir auf der richtigen Höhe jetzt könnten wir hier ja unseren Pisten reinsetzen das ist eine Bärenrennerei ja ah wunderbar das funktioniert schon mal aber hier muss ein Slicky Pisten rein höhs Mist ähm und wir müssen schlafen naja gut dann halt hier dann schlafen wir halt hier haben wir schon oft genug gute Nacht ich kann noch nicht schlafen dann trinke ich nochmal einen Schluck ähm ja das ist ein guter Plan mein Gott wir werden es niemals schaffen bis zum 500sten hab ich so den Eindruck ach guckt mal wie schön wie schön was ist das da hinten irgendein Turm ach der Turm vom Alex ne von unserem Monsterjäger Alex und ich springe in meinem Bett auf und kann nicht schlafen jetzt aber gleich und der Zornhahn ist immer noch irgendwo da der Zornhahn ist immer noch irgendwo da ich kann euch das auch mal zeigen seht da da ist er du wirst uns nicht entkommen Zordanovic wir brauchen Slicky Pisten hm wir können natürlich mal was ausprobieren wir brauchen ein Slicky Pisten und wir brauchen Erde Freunde ich will mal was ausprobieren ich spring mal kurz runter und platsch und mal schnell wieder raus und beam uns mal hoch ich will nämlich mal ausprobieren ob das funktioniert ich weiß Zordano ich soll nicht so viel beam und die anderen haben das auch geschrieben aber oh guck mal ganz sanft durch die Leiter landen wir genau hier dann können wir hier auch noch eine Klappe machen cool sehr cool ah wunderbar das passt ja wie ähm nein so und runter springen da müssen wir uns dann auch nochmal seht ihr hier landen wir dann genau im Maschinenraum und wir haben das Ganze aber abgedeckt und hier können wir jetzt keine Klappe drauf machen das macht aber nichts okay äh was wollte ich machen ich wollte mir Erde holen unsere Erde ist nämlich wunderschön ich wollte mir Slicky holen für Slicky Pistons Gott wunderbar wir brauchen noch ganz viele Werkbänke überall das ganze Schiff darf nur aus Werkbänken bestehen oh Gott ähm wir brauchen davon einen ja okay da haben wir schon den Slicky Piston und dann ups so jetzt ich versuche mal da drauf zu springen huah und der Opa drehte total durch weil er viel zu wagemutig war und starb einen grausamen Tod wupp geschafft da ist der Slicky Piston wie holt wie kriegen wir den jetzt da raus fragt ihr euch äh indem wir einfach so machen zack habt ihr gesehen da haben wir eine können wir die Erde wieder rausnehmen und packen den Slicky Piston da rein naja gut hat fast geklappt fast beeindruckend äh sagt der Mann und jetzt kommt hier ja wisst ihr ja kommt so einer drauf und dann die Zäune und hier bauen wir uns jetzt aber mit Erde hoch das hat zufällig genau gepasst unglaublich so und das müssen wir jetzt ja von der anderen Seite kopieren deshalb werde ich mir hier dann äh mal Leitern ran machen wollte ich sagen aber ich glaube das wird so nichts mh sehen wir gleich äh wir haben Zäune dabei ich glaube das war vier breit okay der muss ausgefahren sein der Slicky Piston richtig der muss ausgefahren sein so unglaubliche Wege die wir hier nutzen dann fahren wir den mal aus so jetzt ist er ausgefahren wunderbar und dann können wir auch bauen dann können wir das anbauen sozusagen und wir gucken mal auf der anderen Seite wie wir das da gemacht haben um damit das auch gleichmäßig ist okay mittig und dann das sind äh fünf ne eins zwei drei vier fünf genau genau so haben wir es gemacht äh schwindelerregende Höhen meine lieben tapferen Freunde mehr sage ich dazu nicht mehr sage ich dazu nicht okay ähm die Zäune also hier auf jeder Seite eins oh ja und auf Zäunen kann man nicht stehen das konnte man jetzt sehr schön sehen ähm Galleonshund ist natürlich nicht vergessen das Thema Galleonshund ist nicht vergessen und ich reiße es mal mit dem Teppich ab das geht immer am besten darum komme ich nicht mehr dran doch äh ist gerade so ja ging gerade noch so das Thema Galleonshund ich fall da nicht runter keine Angst Leute ist nicht vergessen so ne ne das ist noch aktuell hier können wir uns schön hochbauen und wieder runter wenn wir das wollen so und man kann auf den Dingern ja nicht gehen das war ja das Problem ähm stopp das war zu viel des Guten aber wenn wir Teppich drauflegen das ist das Schöne dann können wir uns draufstellen ja ich gucke natürlich auch Teppich drauf dann können wir uns draufstellen und dann kann uns auch nichts passieren theoretisch und praktisch ähm praktisch auch so wartet mal wir müssen erstmal ein machen dann einen Teppich drauf oh Gott wir werden sterben bis wir tot sind oder hm ich glaube auch und jetzt ah jetzt kommen wir da nicht mehr dran machen wir es dann von unten ist es von unten vielleicht besser hm das ist gerade so eine Idee vielleicht ist es von unten wirklich besser johe erstmal sammeln wir dann auch immer unsere Zäune auf und wenn hätte ich mir jetzt ein Loch durchgebuddelt wäre ich da durchgefallen und dann auch wieder gestorben also der Tod lauert äh auf goldenen Fußnägeln sozusagen überall so hm wir kommen so noch nicht dran aber wir können uns ja hier die Plattform etwas erweitern sozusagen etwas vergrößern damit wir da schön rankommen so jetzt kommen wir schön dran so das war wieder so ein Doppelklick ha okay dann machen wir die Plattform hier einfach ein bisschen breiter und dann machen wir es von von hier diese ganze Erde die wir hier aufgehäuft haben die müssen wir natürlich noch am Ende der Folge wenn wir das Luftschiff fertig haben hahaha äh die Folge ist gerade schon zu Ende oh Gott äh müssen wir die ähm natürlich wieder wegreißen so kommt es da auch noch dran ich hoffe ja und die Doppelklicks häufen sich und der Mann merkte oh das Mauskabel der Mann merkte dass seine Doppelklicks sich wieder häuften und er wusste das ist kein sehr gutes Zeichen so du kommst noch weg okay wenn es das nächste Mal dunkel wird ist die Folge zu Ende nicht vorher ähm den Antrieb machen wir auch gleich noch parallel wir arbeiten parallel okay da kommt jetzt so eine ganz durchgezogene Reihe vor auch nochmal so breit und also zwei Stück sogar okay dann machen wir das doch so hm na komm Zaun komm zu mir Zaun hopp nicht runterfallen oh runtergefallen äh festklammern ganz wichtig ich mach das jetzt hier noch ein bisschen breiter immer breiter Gastarbeiter äh Fremdarbeiter ähm ist ja auch egal so okay da unten ist neblig ist ja auch klar ist ja auch Herbst ist bald äh Weihnachten und so auch und da bin ich ja schon mal gespannt ähm was alles so passiert ich weiß eine Sache die passiert und die wird euch vielleicht gar nicht so gut gefallen ähm denn es ist so dass ich naja äh bald umziehen werde und da könnte es dann zu gewissen Irritationen der Haut kommen äh beziehungsweise dieses Let's Plays ähm aber dazu später mehr so okay hier muss noch eine Reihe vor mhm wartet mal ja ja Vapailovic ähm also so und dann kommt es nämlich ein weiter rein und zwar hinten drei und dann ein weiter rein hinten drei ein weiter rein hinten äh das ist jetzt der zweite Flügel den wir bauen okay und da hatte der auch wieder der Zor dann ja mal gesagt ähm dass er eigentlich das Ding so ein bisschen breiter gemacht hätte an meiner Stelle und das ist ganz gefährlich was ich hier gerade mache so und ich glaube das ist dann auch so zwei mindestens zwei breit ich halte mich hier krampfhaft ähm mit der Taste fest ihr wisst schon die Taste die immer klemmte ähm hier hinten beim Antrieb da müssen wir auch noch was machen und zwar kommt da noch passt mal auf machen wir mal gleich am besten man macht es immer gleich ähm der muss nämlich noch ein bisschen optimiert werden der Antrieb dafür haben wir hier unsere Pistons und zwar ist es ein Rückstoß äh Prinzip ähm Beschleunigungsturboantrieb der äh X11 5 Klasse aus ufomanianischen ähm ähm Ideen geklöppelt so okay da werden wir jetzt nichts hinsetzen können hm und guck mal ich bin ganz hungrig und wenn ich jetzt runterfalle bin ich vielleicht ganz tot wer weiß das schon so genau ähm hier kommt auch noch einer hin so ähm ja 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 das sieht gut aus also ne ich finde es sieht gut aus das ist unser Turboantrieb hier ähm wenn der Piston jetzt rausfährt dann werden diese diese drei hier die werden sich abstoßen gegenseitig ich kann euch auch das demonstrieren dann äh wenn es soweit ist also die werden sich so abstoßen denke ich mal ne der und oh ne 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 die sind falsch liebe Freunde die sind falsch die müssen wieder weg und die Erde natürlich auch wir müssen schon mal ein bisschen anfangen weil es geht ja bald los bald äh in der 500sten werden wir mit diesem Luftschiff losfliegen und daran halte ich auch fest an diesem schönen Gedanken dass es mal so kommen wird die kommen natürlich hier ganz äh so nicht aber anders ähm ich und dann werde ich auch bald wieder auf eure Kommentare ein bisschen mehr eingehen aber durch diese ganze Wahl äh wisst ihr aber warum warum ich hab doch ähm richtig mittig das Ding da drauf gebratzt so nein er will nicht okay vielleicht muss ich auf die gleiche Höhe kommen das kann sein das kann sein hat man so ne Idee und dann passiert sowas ah ja ich muss auf die gleiche Höhe ungefähr zumindest wenn ich das von unten mache dann sagt er nein du stehst unter mir und ich höre nicht auf dich ist ja klar wenn ich unter ihm stehe muss er ja auch nicht auf mich hören so so wird ein Schuh draus mhm gut und hier unten kommen dann Zäune hin hier diese Dinger also hier diese Klappen ganz dran lang ähm damit das so und die klappt man dann runter dann sieht das so aus und dann hat man nur von unten diese Leiste und hier unten sieht es noch ein bisschen hölzern aus das gefällt mir ganz gut okay jetzt gucken wir hier wieder wo waren wir stehen verblieben wir haben das wir haben das das ist äh zwei äh und dann kommt nochmal einer rein nochmal zwei und dann einer okay so machen wir es dann machen wir das hier auf der Seite genauso ähm Erde unsere Erde ist sie nicht wunder wunderschön ich esse erstmal was die Kathedrale werden wir wohl zu Weihnachten nicht fertig kriegen was meint ihr Leute und die Folge ist jetzt sehr lang aber ist ja auch Sonntag aber hier ist nicht der lange Sonntag ne der lange Sonntag ist in ähm ist in Hexenwacht da könnt ihr heute mal gleich nach diesem Video vorbeigehen und euch den langen Sonntag angucken vom Zordern der hat was ganz besonderes vor glaube ich wie er eigentlich immer was ganz besonderes vor hat es wird dunkel liebe Leute hier geht es in der nächsten Folge weiter und dann sind wir schon gefährlich nahe gefährlich nahe an der haben wir hier irgendwie Mist gebaut schauen wir dann in der nächsten Folge würde ich sagen nö ist doch alles alles korrekt okay schauen wir in der nächsten Folge ich lege mich ins Bett und schlafe eine Runde ein bisschen sortieren hier noch bevor man ins Bett geht sortiert man ganz gerne immer noch sein Kram gute Nacht aber mal guckt Zordern guckt Ufo Mann dann dann Vielen Dank.